Hallo zusammen, ich habe hier einen kleinen Kühlschrank und finde den eigentlich auf dem Markt relativ schlecht. Und zwar, das erste ist, Standard sind die Kühlschränke alle Band rechts. Das heißt, die Scharniere oder die Bandung ist auf der rechten Seite und hier ist es auf der linken Seite. Könnt ihr kostenlos bei uns so bestellen oder ganz einfach unten Scharnier lösen, alles austauschen und selber umwandeln. Das zweite Spezielle an dem Kühlschrank ist, ihr seht, ich habe kein Eisfach. Kein Eisfach heißt, ich habe viel mehr Platz im Kühlschrank. Ich kann, wenn ich Tabla rausnehme, sogar die 1,5 Liter Flaschen stehend reinstellen bei einem Gerät, was nur 34 cm Platz hat. Also bei Booten oder im VE-Bus oder sonst was. Was ist das Kühlaggregat? Das ist hier lose. Das hat Standard 1,5 Meter Weitung von hier bis hier oben. Also wir können das Kühlaggregat oben drauf stehen lassen oder wir können das Kühlaggregat auch auf die Seite stellen oder unten dran. Je nachdem, wo der Platz ist. Weil meistens, wenn so ein kleiner Kühlschrank verbaut ist, habe ich sonst schon keinen Platz. Also das heißt, ich brauche kein Eiswürfelfach, was Platz braucht und hier einen Ausschnitt für die Kühlmaschine hier drin. Dann habt ihr wirklich kaum mehr Platz. Und ich habe hier einen 230 Volt Anschluss. Also Standard ist 12 oder 24 Volt ab der Fahrzeugbatterie. Und bei diesem Kühlschrank habe ich einen zusätzlichen 230 Volt Anschluss. Ist eine Option, kann man so bestellen. So kann ich den Kühlschrank, wenn ich auf dem Campingplatz stehe oder im Hafen bin, kann ich den einstecken. Er schaltet um auf Landanschluss. Und trennt das 12 Volt weg. Und sobald ich den Stecker wieder rausziehe beim Wohnmobilboot oder wo es ist, dann schaltet er wieder zurück auf die 12 Volt und kühlt auf 12 Volt weiter. Also wenn der Nachbar den Stecker rauszieht, weil er Platz braucht am Verteilkasten, dann geht er zurück auf die Batterie und kühlt weiter und zieht euch dann langsam die Batterie leer. Nur ihr habt wenigstens einen kalten Kühlschrank. Ja, das ist dieser kleine Kühlschrank. Nichts Besonderes, 46F. Ich verlinke euch unten den Shop-Zugang und den Katalog. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.